Was kommt denn? Was kommt denn? Morgen! Ist das für mich? Ja! Für was denn? Für PZT? Für Reisen. Für Aufreise? Mhm. Haben Sie schon geteilt? Nee, noch nicht. Ich stand hier, ja. Wie wollen Sie bezahlen? In der Bar? In der Bar? Mhm. Ja, aber leider kann es sein, gell? Was heißt? Ob Sie es vielleicht passen haben. Wir gucken mal. Also es ist 49, gell? Ja. Wir sehen es dann. Wir halten deine Mail in 24 für 36 Stunden. Oh, Sie haben einen Dienst, gell? Ja. E-Mail-Adress ist okay. Perfekt. 24 für 36 Stunden. Und falls auf der Seite einfach hier anziehen. Alles klar. Danke. Du meinst was, wenn es nicht ankommt oder so? Weil wir brauchen einen Sonntag um 16 Uhr. Ja, bitte. Bitte schön. Aber falls es Komplikationen gibt. So schon, okay. Alles klar. Super, danke schön. Schönen Tag noch. Danke. 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 Changing up. Aussie macht es. Danke schön. Gibt euch das mal. Hier ist schon mal. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017